Am 1. Mai starten die Grazer Freibäder in die Sommersaison. Den Startschuss setzen die Auster und das Margaritenbad. Am 14. Mai eröffnen das Augartenbad und das Badstraßgang. Am 21. Mai das Stuckitzbad sowie das Ragnitzbad. Die Badesaison dauert heuer von 1. Mai bis voraussichtlich 11. September. Tickets können online über den Webshop www.holding-graz.at slash freizeit gekauft werden. Schritt 1. Webshop öffnen. Schritt 2. Frei- oder Hallenbad auswählen. Die verfügbaren Ticketkategorien finden Sie bei Auswahl Ihres gewünschten Frei- oder Hallenbads. Schritt 3. Gewünschtes Datum bekannt geben. Schritt 4. Tickets in den Warenkorb legen. Schritt 5. Entweder per Visa, Mastercard oder Sofortüberweisung bezahlen. Saisonkarten können ebenfalls im Ticketshop gekauft werden. Nach Kaufabschluss erhalten Sie einen Voucher, den Sie bei Ihrem gewünschten Bad gegen eine Saisonkarte einlösen können. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über etwaige Covid-19-Regeln der Bundesregierung. Vielen Dank! Alle Informationen gibt es unter www.holding-graz.at slash freizeit. Die Holding Graz wünscht einen schönen Sommer und viel Vergnügen in den Bädern. Zeit 3. Der Film Graz Armenia lords Untertitelung des ZDF, 2020